Herr Bayer, wir haben uns jetzt ganz intensiv um die Belange des Arbeitgebers gekümmert und da bin ich Ihnen auch sehr dankbar. Jetzt ist mir aber eins noch sehr auf dem Herzen und zwar, was sind denn bei der pauschal sortierten Unterstützungskasse die Vor- und die Nachteile für den Arbeitnehmer? Ja, Vor- und Nachteile für den Arbeitnehmer, also Nachteile für den Arbeitnehmer kann ich beim besten Willen nicht erkennen. Der Arbeitnehmer hat deutlich höhere Zusagen, der Arbeitnehmer hat deutlich höhere Renten und der Arbeitnehmer hat letztendlich einen hundertprozentigen Insolvenschutz durch den PSV, den Pensionssicherungsverein, rückverwirkt auch noch durch Bundesrepublik Deutschland. Also mit dem Arbeitnehmer kann nichts passieren, selbst die Dynamisierung von einem Prozent, wie wir es in der Regel einbauen, ist durch den Pensionssicherungsverein gesichert. Die Vorteile für den Arbeitnehmer, die sind ganz klar, wir haben erstens mal, und das ist ganz wesentlich, eine Verzinsung vom ersten Euro an. Es wäre nicht erst 20, 30 Prozent für Vertrieb, für Verwaltung, für was auch immer abgezogen, wie wir es bei einer Versicherung kennen, und dann irgendein Sparanteil zwischen 70 und 80 Prozent, keiner kennt ihn genau, kann man vielleicht rückwärts errechnen, aber keiner kennt ihn erst einmal genau, wird verzinst. Das ist mein ganzer wesentlicher Faktor. Vor kurzem erst ein Titel in einer renommierten Zeitung, 14,5 Jahre im Durchschnitt, manchmal sogar 20 Jahre, bis das eingezahlte Kapital vorhanden ist bei einer Versicherung. Das ist alles, was nicht hinnehmbar ist für den Arbeitnehmer. Ja, die Zinsen, die sind in der Regel auch höher, nicht nur mit 2,5, 2,5, 3,25 Prozent liegen wir hier, bezogen auf das eingezahlte Kapital immer deutlich höher. Ja, ein weiterer Vorteil ganz allgemein, wir haben ja die Möglichkeit der Kapitalabfindung, die Möglichkeit der Rente, je nachdem, was der Arbeitgeber zulässt. Kapitalabfindung mit der Fünftlerregelung steuerlich absolut begünstigt. Renten durch die wesentlich fairen Rentenleistungen, deutlich höhere Renten als bei einer Versicherungsgesellschaft. In der Regel haben wir so die doppelten Renten, was hochinteressant ist. Ja, der Mitarbeiter kann praktisch unbeschränkt umwandeln, auch ältere Mitarbeiter noch in unbeschränkter Höhe. Das sind also viele Vorteile, auch variable, einmal Bestandteile, die umgewandelt werden können. Also doch eine Vielzahl von Vorteilen für den Arbeitnehmer, die so eine pauschal notierte Unterstützungskasse interessant machen. Es gibt dann natürlich verschiedene indirekte Vorteile. Der sichere Arbeitsplatz, die hohe Motivation am Arbeitsplatz, das gestärkte Unternehmen, was natürlich auch für den Arbeitnehmer, zumindest sekundär, sehr interessant ist.